Der Wilde Stoiker. Moderner Stoizismus. Für ein gutes Leben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der Wilde Stoiker, der im Moment nur wirtschaftliche Literatur liest, wirtschaftswissenschaftliche Literatur. Hayek und Saul liegen da bei mir auf dem Lesetischlein. The Road to Serfdom. Hayek, der wirklich die Knechtschaft. Quasi Pflichtlektüre für jeden, der sich für ein bisschen Liberalismus interessiert. Und der unvergleichliche göttliche Thomas Saul. Was habe ich von ihm da gerade liegen? Gute Frage. Ich glaube, A Conflict of Visions, den hatten wir ja im Podcast auch besprochen. Der liegt da jetzt endlich und wird gelesen. Der Hayek auf Englisch. Warum? Weil das Ding auf Englisch erschienen ist. Hayek natürlich eigentlich deutschsprachig. Ich denke, das macht keinen Unterschied, ob man ihn auf Deutsch oder Englisch liest. Ich lese ihn auf Englisch. Meiner Tradition entsprechend. Das Thema heute wird ein Wirres sein. Man möge mir verzeihen. Wie so oft. Warum ist das so übrigens? Warum ist das so? Habe ich mir Gedanken darüber gemacht. Es ist nicht so, dass ich nicht nachdenke. Weil ich euch zutraue, über die Zeit ein Bild in eurem Kopf zu bauen. Von dem, was ich gerne vermitteln möchte. Also euer Logos erscheint mir absolut vertrauenswürdig. Und eure Kompetenz auch. Das beweisen diese zahlreichen E-Mails, die ich immer bekomme. Das beweisen die meisten Kommentare. Und so weiter und so fort. Ich habe vollstes Vertrauen zu euch. So sieht es aus. Und ich habe in einem der geistig umnachteten da krank aufgenommenen Podcasts, der letzten drei glaube ich, gesagt, ich würde gern einen, ja zumindest sagen wir mal die Simulationstheorie, dieses philosophische Gedankenexperiment der Simulation mit Stoizismus irgendwie in Verbindung bringen. Und deswegen habe ich dann gemerkt, es gibt so wahnsinnig viel über Simulationen, auch wahnsinnig viel Schwachsinn. Es gibt aber auch gute Sachen. Auf YouTube alleine gibt es wahnsinnig viel, vor allem wenn man Englisch sucht, nicht Deutsch. Dazu wollte ich auch nochmal was sagen. Da brauche ich echt euer Feedback. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen kann oder ob ich dann völlig aus den Suchrankings rausfalle. Eine gewisse beliebte Suchmaschine funktioniert jedenfalls gar nicht mehr auf Deutsch, finde ich. Gar nicht mehr. Ich habe es jetzt gemerkt, wenn man nach Autos zum Beispiel sucht, ich suche ja nach Autos gerade, wie ihr wisst, schauen wir morgen auch nochmal zwei an. Ich hoffe, dass da meins dabei ist. Könnte ein Buch darüber schreiben, wie die letzten Wochen abgelaufen sind. Wirklich, könnte ein hervorragender Artikel darüber schreiben, wenn ich denn die Zeit hätte. Und wenn ich dafür anständig bezahlt würde, was im Journalismus nicht mehr der Fall ist in Deutschland meistens. Deswegen lasse ich es. Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Wenn man dann nach jeden Fall sucht, kriegt man nur Schwachsinn angezeigt. Genauso ist es, wenn man, keine Ahnung, einen Begriff eingibt. Ich erfinde jetzt mal was. Sagen wir mal, Sporthotel. Wenn ich auf einer sehr beliebten deutschsprachigen Suchmaschine danach suchen würde, was ich nicht tue, erfinde ich jetzt. Ja, googles bitte selber. Zum Beispiel, jetzt habe ich den Namen schon verraten. Ich meine aber nicht Google. Ich meine eine sehr beliebte Suchmaschine, die nicht Google ist, weil ich keine Lust habe, in den Rankings nach hinten geschoben zu werden. Dann kriegt man nur noch Schwachsinnseiten, wie zum Beispiel, das sind die 15 tollsten Sporthotels. Oder so quasi auf der Stelle generierte Seiten, die ausgespielt werden aus Datenbanken, die Begriffe einfach kombinieren. Die dann rausfinden, wo du sitzt und dann Sporthotel dahinter klatschen oder so. Man kriegt also wirklich auf der ganzen ersten Seite nur noch Schwachsinn. Ob das bei Sporthotels so ist, weiß ich nicht, aber habe ich jetzt erfunden. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es gibt viele solche Dinge. Bei Autos ist es nicht anders. Also nicht selten werde ich dann auf, ich suche ein 20 Jahre altes Auto und werde dann auf das neue umgeleitet und so weiter und so fort. Oder bekomme, ja, wirklich grausame Artikel. Im Englischen ist es nicht perfekt, aber doch deutlich besser. Wenn man mit einer anderen Suchmaschine, die ich auch gerne benutze, da kann man angeben, welche Länderergebnisse man haben will. Wenn man da Großbritannien oder USA auswählt und auf Englisch sucht, dann bekommt man zumindest mal ein oder zwei Hits auf der ersten Seite. Die okay zu sein scheinen. Ich hatte dann jetzt einen Artikel eines australischen Automagazins, was ich so kannte, weil ich es mal im Kiosk gesehen habe, irgendwo aber nie gelesen habe. Und der war gut. Der hatte alle meine Fragen beantwortet. Einen Artikel. Auf Deutsch unmöglich. Unmöglich, meinen Wissensdurst zu stillen. Das dazu. Genauso sieht es natürlich aus, wenn man Simulationen eingeht. Weiß ich nicht. Also es nervt. Macht eure eigene Meinung. Ich will auch nicht so negativ hier beginnen. Auf jeden Fall gibt es genug dazu, was sie euch reinziehen. Könnt nicht zuletzt Artikel über und von und mit Nick Bostrom, sozusagen der Erfinder, Philosoph der Erfinder der Simulationstheorie. Ich glaube, ich brauche das hier gar nicht mehr erklären. Ist mir so klar geworden. Ich lasse ab und zu mal was fallen. Snippets, Häppchen und vertraue darauf, dass ihr über die Zeit das zu einem sinnvollen Ganzen zusammenbaut. Was ich, heute möchte ich auch eher ein bisschen über Ethik nochmal sprechen. Aber, aber, aber. Ich habe ein Video entdeckt, auf Englisch, von Sabine Hossenfelder, kennt ihr, theoretische Physikerin, schätze ich sehr. Sehr intelligent, zehntausendfach intelligenter als ich, mit Sicherheit. Ich habe mit ihr mal zwei Stunden gesprochen oder anderthalb. Sie hat einen eigenen Charakter, sagen wir mal, aber ist eine hochinteressante Frau. Macht viele Videos mit auch echt zu hohem Zuspruch. Also, keine Ahnung, Viertelmillionen Zuschauer oder sowas, kriegt sie da hin. Sabine Hossenfelder sagt, die Simulationstheorie ist Quatsch. Und die Begründung habe ich da fiebrig nicht ganz kapiert, aber so erstmal ab. Ich werde es nochmal schauen auch. Ich habe es so abgespeichert, dass ihre Begründung daran liegt, dass man sagt, wir wissen so viel über die physikalische Welt sozusagen, immerhin Physikerin, und wir müssten ein eigenes physikalisches Universum außerhalb des, was wir beobachten können, sozusagen erschaffen, dass es irgendwie Unfug und widerspricht Einstein, bla bla bla. Ich bin zu blöd und zu naiv wahrscheinlich, um das zu verstehen. Ich sehe es aber so, das, was wir wissen, lässt sich ja nun mal in Formeln, seien sie auch noch so kompliziert, darstellen die Mathematik nach wie vor ja eine gültige Sprache zur Beschreibung dessen, was wir sehen, was nicht unbedingt die Realität ist, sondern nur das, was wir sehen. So verstehe ich jedenfalls Quantenphysik, Quantenmechanik. Das ist super interessant in Verbindung mit Stoizismus. Übrigens, weil, wie wisst ihr, im Stoizismus ist eine Idee ja, dass wir die Realität möglichst gut erkennen. Wenn man über Quantenphysik nachdenkt, kommt man vielleicht auf den Schluss, sagt, das ist überhaupt nicht möglich, genauso kann man da philosophisch rangehen. Erkenntnistheoretisch kommt man vielleicht zum gleichen Ergebnis. Wir sind da nur sehr eingeschränkt fähig zu. Immerhin haben wir die Mathematik und die Physik, die Vorgänge gut beschreiben, oder sehr gut beschreiben, die Messungen gut beschreiben vielleicht, wenn man es Quanten-theoretisch glaubt. Vielleicht rede ich Quatsch, falls Sabine Thorstwell das hört, soll sie mich doch bitte korrigieren. Ich weiß nicht, ob sie diesen Podcast kennt. Sie kannte, glaube ich, nur meinen alten, aber er macht ja nichts. Vielleicht trägt sie einer zu oder auch nicht. Mich hat es nicht überzeugt. Vielleicht will ich auch nicht überzeugt werden. Ich glaube aber an gar nichts, deswegen bin ich eigentlich da relativ offen. Ich sehe das so. Sollte die Simulationstheorie zustreffen und kluge Geister wie Elon Musk und Nick Bostrom, meines Wissens ja auch, und Scott Adams und Hass noch nicht gesehen, neigen dem ja zu, sagen wir es mal so ganz vorsichtig. Interessiert mich natürlich, wie kriege ich die mit Stoizismus unter einen Hut? Gut, ihr kennt die Ekpirosis-Lehre, also der Weltenbrand, der immer wieder kernde Weltenbrand, ist ja so eine urstoiche Idee, die später übrigens relativiert wurde, meines Wissens in der mittleren Stoa schon nicht mehr angesagt war, aber in der frühen schon, der Kosmos entsteht und vergeht halt auch wieder in einem großen Weltenbrand. Das ist auch keine Idee, die die Stoike erfunden haben. Wie so oft haben sie es übernommen? Passt hervorragend in die Simulationen-Neustart, ne? Tugendhaftigkeit als oberste Maxime beschreibt ja letztendlich auch einen Regelsatz, wenn man so will. Das gleiche könnte man über physikalische Gesetze sagen. Regelsätze, die eben bestimmen, wie die Simulation abläuft. Also auch da sehe ich nicht unbedingt in meinem naiv-hobby-philosophischen Geist, sehe ich da keinen Widerspruch erstmal. Was gab es noch spontan? Es gab einiges, was passt, was ich ganz interessant fand, sozusagen. Interessant ist ja an all diesen Dingen immer nicht unbedingt die grundtheoretische Frage oder die Grundfrage, die Philosophen und Physiker diskutieren. Interessiert mich eher weniger, sondern interessant muss ja sein, gibt es eine Chance, in irgendeiner Form Einfluss auf die Simulation sollten wir in einer Leben zu nehmen. Das ist doch die eigentlich interessante Frage. Ich neige dazu zu sagen, nö, gibt es eigentlich keinen Einfluss, finde aber natürlich auch nicht der komplett hoffnungslos. Also sollte man irgendwie Einfluss nehmen können, wird es wahrscheinlich schnell esoterisch, aber interessant, wäre interessant. Das entspricht auch so ein bisschen dem Stoischen-System, in dem man sagt, okay, du hast ein deterministisches Universum, also die Simulation, die ist vorgegeben sozusagen vom Spieler, vom Programmierer, von den Göttern, von Zeus, von der Natur, von der alles durchdringenden Ratio des Universums sozusagen, dass es ist so auch nicht zu ändern für den einzelnen Stoiker, die einzelne Stoikerin, den einzelnen simulierten Geist. Aber, wie ihr wisst, das ist eben der große Widerspruch, den Stoizismus zu vereinen sucht, und im Übrigen genauso wie viele Religionen, also keine große Ausnahme da jetzt, wir haben einen freien Willen trotzdem. Wir können, damit müde ich nochmal das Bild vom, ist das Epictetus, das Bild? Ich glaube, vom Hund, der hinter einem Wagen festgebunden ist, also ein Ochsenkarren wird da durchs Dorf gejagt, und da ist ein Hündchen hinten dran gebunden und der Ochsenkarren ist sozusagen der deterministische Lauf der Dinge und der Lenker dieses Wagens wäre dann eben der Spieler der Simulation Gott, Zeus, die Götter. Und wir wären das Hündchen sozusagen, wir wären da hinten angebunden und können, wir haben keine Chance mit, wie viel, was wiegt so ein Hündchen? Keine Ahnung, sieben Kilo, sage ich jetzt mal, rate ich jetzt mal. Wenig Aussicht auf Erfolg, da diesen Karren abzubremsen oder in eine andere Richtung zu ziehen oder gar umzukehren, den Lauf und so weiter und so fort. Ihr könnt das gerne versuchen, das wird zu viele Schmerzen bei uns selbst nur führen. Wir haben aber die Chance, uns freiwillig mitzulaufen sozusagen. Wir haben die Chance, uns dafür zu entscheiden, könnte man sagen, ist vielleicht nur eingebildet, aber egal, das würde den Podcast sprengen, uns dafür zu entscheiden, mitzugehen mit dem, was das Leben uns so hinwirft. Also glaubt man an ein deterministisches Stoiches Universum, was ich nicht unbedingt tue, aber es ist halt ein Grundpfeiler Stoichendenkens, alten, antiken Stoichendenkens zumindest, deswegen solltet ihr den kennen und solltet euch damit auch in gewisser Form beschäftigen. Sollte das so sein, dass die Dinge einen von den Göttern gewollten Weg gehen, sagen wir mal, ist im Stoizismus nicht ausgeschlossen, dass der Mensch wiederum diesen Weg verzerrt, diesen Weg verkompliziert und schwierig gemacht, Fehlentscheidungen trifft, also einen freien Willen in irgendeiner Form besitzt und dafür auch einen Preis natürlich zu bezahlen hat. Das entspricht natürlich ziemlich der Spiele-Metapher in der Simulation. Also wenn man sich ein Online-Game jetzt vorstellen würde, ein Multiplayer-Online-Game auf höchstem Limo aus der Zukunft. Also perfekt, nicht von der realen Welt unterscheidbar für uns. Und wir wären so ein Spielcharakter, könnten wir ja auch nur beschränkt Entscheidungen treffen. Die Gamer unter euch kennen das, also auch die sogenannten Open-World-Systeme simulieren ja immer, wenn man gerade sich irgendwo befindet, simulieren sie diesen Ort. Ansonsten ist der natürlich aus ressourcensparenden Gründen nicht simuliert und dann kann man maximal mal eine A-B-Entscheidung treffen. Also links gehe ich links, gehe ich rechts. Jetzt vereinfacht gesagt. Also man kann entscheiden, aber nur im beschränkten Maß. Und das entspricht schon ziemlich genau dem antiken Weltbild, vielleicht der frühen Stor zumindest. Möchte ich einfach mal so in den Raum stellen. Könnt ihr drauf rumkauen und verdauen, könnt mich auslachen und widerlegen und mir bitterböse E-Mails schreiben, das ist aber noch nie passiert. Wird bestimmt irgendwann passieren, freue ich mich schon drauf. Könnt sagen, alles Schwachsinn, ich bin Doktor der Philosophie und ich weiß prinzipiell alles, weil ich feste Dinge auswendig gelernt habe, dann werde ich euch zuhören. Aber ob ihr mich umstimmt, hängt nicht von eurem Titel ab. Sagen wir es mal ganz höflich so. Ich hatte derlei Diskussionen des Öfteren schon. Ich habe auch drei akademische Abschlüsse. Und? Was heißt das? Ich habe zum Beispiel einen Abschluss unter anderem in Ethnologie, also Anthropologie, bin ich da, habe aber nie gearbeitet in dem Feld, nie praktisch gearbeitet. Wer hat jetzt mehr Ahnung? Jemand, der ein Jahr praktische Erfahrungen vielleicht hat oder ich? Gute Frage, oder? Wer hat mehr Ahnung von Stoicher Philosophie? Der, der Stoich lebt? Oder der sich unter anderem mal ein Semester damit beschäftigt hat? Hm, gute Frage. Als Stoiker, oder in meinem Fall nicht mal Stoiker, Stoiche Reisender, wisst ihr genau, wenn ihr ein paar Podcasts schon gehört habt, mein Schwerpunkt liegt auf der Praxis logischerweise, weil der Stoiche Schwerpunkt auf der Praxis lag. Und wir hatten auch diese Entwicklung in der Stoischen Schule, wenn man so will, immer mal wieder die Erstarrung des Systems, Leute nur noch nachgebetet haben. Und dann kommt wieder ein großer Reformer, Chrysepus zum Beispiel, oder Panazios in der mittleren Stoia, der ein starker Charakter ist, der Leute begeistern kann, der praxisnah spricht, der sich nicht darum stört, wie Dogmen aussehen, der offen ist, einen offenen Geist hat, und der die Stoa wieder so belebt, dass sie wieder mal 50 Jahre vielleicht überleben kann. Weil die die Erstarrung natürlich zum Aussterben auch führen würde. Also ihr merkt, das ist nicht neu, muss immer wieder belebt werden, das System von Leuten. Ich hoffe, dass ich ein ganz kleines Licht in diesem gleißend hellen Strahl bin, eine winzige Flamme, die versucht, dem ganzen Leben einzuhauen und sich auf die Praxis zu beziehen. Was heißt also Praxis in einem System? Sei es eine Simulation, sei es ein deterministisches Universum, oder sei es einfach nur das große Meer der Unsicherheit, das Chaos, was das Leben darstellt? Die vielleicht brutal physikalische Analyse? Zufall? Leben wir in einem zufälligen Universum? Sehr wahrscheinlich. Was heißt das aber für uns? Was heißt das für uns? Wie verhalten wir uns? Na ja, darüber gibt die Ethik Auskunft. Also um nochmal die Dreinteilung des Stoizismus, Logik, Ethik, Physik kurz darzustellen, so wird Stoizismus ja auch immer aufbereitet. Ich habe mich da ja auch, glaube ich, im Buch ja meistens doch dran gehalten. Das war nicht immer so auch im Stoizismus übrigens, aber es ist halt eine beliebte Aufteilung, die in irgendeiner Form auch Sinn macht. Wenn wir da vom Kleinen ins Große jetzt mal gehen, habe ich am Anfang des Podcasts gesagt, ich vertraue eurer Cleverness, sagen wir mal ganz modern. Ich vertraue eurem Ratio, eurem Logos, der auch in euch, der euch auch durchstürmt, dem vertraue ich. Das wäre tatsächlich der Bereich der Logik. Also eure Fähigkeit, Dinge zu erkennen, unabhängig davon, ob wir die Wahrheit erkennen können oder nicht, mit unseren eingeschränkten Sinnen und auch, wenn man Quantenmechanik hinzuzieht, vielleicht nicht die Dinge selbst erkennt, sondern wie in der berühmten philosophischen Höhle nur die Schatten an der Wand, aber nicht was draußen vor der Höhle passiert, die vom Lagerfeuer sozusagen geworfenen, schwarz-weißen Schatten in der Höhle, an der Wand. Ändert aber nichts, wenn wir nur Schatten an der Wand erkennen können und nicht das, was wirklich passiert, müssen wir mit diesen Schatten ja arbeiten und müssen versuchen, die möglichst rational zu analysieren und möglichst rationale Erkenntnisse daraus zu ziehen. Das wäre der ganze Bereich der Logik. Da wären wir sehr in uns, das ist sehr individuell, wie ihr merkt. Und dann würden wir vielleicht einen Schritt größer werden und sagen, okay, wenn die Logik ihren Job gemacht hat, in Anführungszeichen, dann kommen wir in den Bereich der Ethik. Der beschreibt das, wie wir handeln und beschreibt auch das, wie wir mit anderen umgehen und auf andere wirken. Also da bleibt es menschlich, aber tritt so ein bisschen aus uns heraus. Nur um das mal zu erklären. Und dann gibt es den riesigen Bereich der Physik. Das ist eigentlich alles andere. Das ist die Welt der Götter. Das ist das deterministische Universum. Das sind die Regeln der Simulation. Das ist größtenteils das, was so natürlich außerhalb unserer Kontrolle liegt, aber nach dem wir uns richten sollten, wenn wir clever sind. Das ist der Punkt. Es gibt eine Dreiteilung, die nicht immer Sinn macht, aber manchmal Sinn macht, wenn man analytisch über Dinge nachdenkt. Und ihr merkt, ich habe lange das Prinzip verfochten, sozusagen, es gibt keinen freien Willen. War das immer 100% meine Meinung? Nö, aber so 80, 90% schon. Wie ist meine Meinung jetzt? Im Moment. Anfang 2022. Gute Frage. Ich vermeide klare Meinungen, glaube ich. Ich schließe einen freien Willen absolut nicht aus. Und wenn er in einer Simulation nur simuliert ist, wenn wir also nicht wirklich einen freien Willen haben oder in einem so wie das Universum ist, wir wissen ja nicht, wie das Universum ist. Wir haben gewisse naturwissenschaftliche Erkenntnisse, aber wir wissen nicht viel. Ja, mein Gott, dann ist es eben so, wenn ich mir also nur ein Bild, einen freien Willen zu haben, ändert das erstmal so gar nichts an meinem Leben, oder? Ändert das was? Ob ich die Entscheidung wirklich freitreffe oder mir nur ein Bilde, sie freizutreffe, ändert erstmal nicht allzu viel. Im Alltag. Wie gesagt, heute keine grundsatzphilosophische Diskussion, hoffe ich jedenfalls, sondern ein Rauswerfen von Gedanken und ich will versuchen, euch so ein großes Bild mal zu zeichnen, was mir nicht gelingen wird, natürlich nicht, aber ihr werdet so einzelne Pinselstriche erkennen und das werden wir fortführen in den nächsten Podcasts und in den nächsten, vielleicht wieder 100 Podcasts, wer weiß das schon. Und dann werdet ihr das irgendwann vielleicht so sehen oder ähnlich sehen wie ich, vielleicht aber auch ganz anders und ihr könnt mich korrigieren, dann lernen wir beide was. Hervorragend. Kommen wir zu einem Auszug aus Maximilians Forschner hervorragendem Werk. Die Philosophie der Stoer. Logik, Physik und Ethik. Teuer. Aber gut. Und im Gegensatz zu Polenz auch mit einem vernünftigen Druckbild, was man auch lesen kann, tatsächlich auf. Seite 202, Kapitel 4, die Stoische Ethik, da sind wir tatsächlich. Tugend und passendes Verhalten. Ein Zitat. Zweiter Absatz auf dieser Seite. Der Mensch stellt in seinem Geist in sprachlich-gedanklicher Form die kausale Kraft und strukturelle Ordnung der göttlichen Weltanschauung. Ich fange nochmal an, oder? Das war ja furchtbar gelesen. Tut mir leid, ich habe noch nicht gefrühstückt. Und einen sehr trockenen Mund. Ich versuche es trotzdem nochmal. Der Mensch stellt in seinem Geist in sprachlich-gedanklicher Form die kausale Kraft und strukturelle Ordnung der göttlichen Weltverwaltung dar und hebt sich selbst durch die meditative Verinnerlichung, Verinnerlichung, Jesus, dieser erkennenden Darstellung über die Begrenztheit seines Lebens in die Dimension göttlicher Ewigkeit. Ihr merkt, Forscher, der alte Philosoph, kann keinen Satz bilden, der sofort zu verstehen ist. Nein, Quatsch. Forscher ist sehr gut. Aber es ist ein Satz, der bei 1, 2, 3, 4, 5, ja, 5, 6 Zeilen geht. Das ist zu viel. Da habe ich das als alter Sprachkritiker und Autor diverser Dinge von journalistischen Texten über werbliche Texte. Darf ich das mal sagen? Das ist zu lang. Das ist so nicht verständlich. Deswegen müssen wir es aufdrüseln und hoffentlich verstehen. Ich lese nochmal weiter und dann drüseln wir es auf. Wo hast du jetzt da? Enthebt sich selbst in die Dimension göttlicher Ewigkeit. Jetzt doch irgendwie ein bisschen kommt der Pathos rein. Dann einen emotiven Aspekt. Klammer lasse ich weg. Doppelpunkt. Mit dem Eintritt in diese Dimension gewinnt der Mensch die Heiterkeit göttlicher Ruhe, Distanz und Gelassenheit gegenüber den menschlichen Angelegenheiten. Er blickt nun geringschätzig auf sie herab. Die Speakere in Klammern und schließlich den ethisch-praktischen Aspekt Klammer auf Prudencia die Frucht der Prudencia. Jetzt Doppelpunkt. Er erkennt was in Klammern im Kosmos und Klammer zu für seine Natur das höchste Gut und das äußerste Übel ist, worin Tugend die Veränderung seiner Disposition zur Aktualisierung dieses Gutes besteht und worauf letztendlich allo Fizia des täglichen Lebens zu beziehen sind. Co-Referenda sunt Omnia Klammer zu. Mein Gott, der Satz ist auch nicht besser. Fairerweise sind wir hier schon auf Seite 202. Also für Neueinsteiger wäre das jetzt wahrscheinlich brutals. Wir fangen aber nochmal an. Ist das, was ich bisher in diesem Podcast gesagt habe, ist das irgendwie in Einklang mit dem, was Forscher hier sagt? Was er hier behauptet auf Seite 202 in der Stochen-Egität. Erster Teilsatz. Der Mensch stellt in seinem Geist in sprachlich-gedanklicher Form die kausale Kraft und strukturelle Ordnung der göttlichen Weltverwaltung dar. Ich würde das einfach formulieren. Ich würde die Verwaltung daraus nehmen, das ist auch ein unschönes Wort und würde die Ordnung der göttlichen Weltverwaltung einfach in die göttliche Ordnung umformulieren. Da haben wir schon mal ein paar Wörter gespart. Und stellt in seinem Geist in sprachlich-gedanklicher Form, müssen wir auch nicht sagen, in seinem Geist reicht völlig aus, weil der Geist ist sprachlich-gedanklicher Form, logischerweise. Und er hebt sich durch meditative Verinnerlichung. Da können wir auch sagen Verinnerlichung. Ich mag das allerdings, das Meditativ an der Stelle. Also was würde der Satz dann heißen? Der Mensch stellt in seinem Geist die Kraft und göttliche Weltordnung dar und verinnerlicht sie meditativ. Und wenn er das tut, dann erhebt er sich selbst sozusagen aus dieser Begrenztheit seines Lebens in die Dimension göttlicher Ewigkeit. Harte Aussage, aber eine total stoiche Aussage hier von Forschung, also urstoich tatsächlich, nämlich der Mensch, das höchste, wertvollste Lebewesen auf dieser Erde, sozusagen, ist den Göttern gleich bis auf seine Sterblichkeit, wobei die Götter ja auch sterblich sind. Zeus mal ausgenommen, der sich nur wandelt, aber so, das sind jetzt Details. Also wir sind in dem Fall bis auf unsere Sterblichkeit den Göttern doch nah und ähnlich, sehr, sehr ähnlich. Wie schaffen wir das laut Forschung? Naja, indem wir anerkennen, was ist, indem wir die Regeln verinnerlichen der Simulation des deterministischen Universums, der Götter. Nichts anderes sagt er hier, der Mensch stellt in seinem Geist eine sprachliche, gedankliche Form. Also wir denken darüber nach, wir nutzen unseren Logos, wir sind hier im Bereich der Logik, gucken dann auf die Physik, nämlich die kausale Kraft, also was treibt das Universum an, was ist die Ordnung, diese göttliche Weltordnung, was ist das? Das ist die Physik. Und dann meditieren wir darüber und wir denken darüber nach und irgendwie vielleicht verinnerlichen wir das und wenn wir das tun, dann heben wir uns über das normale Leben hinaus. Und wenn wir in diese Dimension, diese göttliche Dimension eintreten, so forschen, dann gewinnen wir Heiterkeit, also die Heiterkeit göttlicher Ruhe, eine Distanz und Gelassenheit gegenüber den menschlichen Angelegenheiten. Ja, was eine sehr schön poetische Formulierung für das Gleiche ist, was wir schon gesagt haben, nämlich erheben uns über unser eigentliches Leben hinaus. So, dann sagt er, wir blicken und geringschätsel, das lassen wir jetzt weg, das ist mir zu negativ und schließlich den ethisch-praktischen Aspekt. Okay, jetzt kommen wir in den Bereich der Ethik, jetzt haben wir alle drei Bereiche in zwei Sätzen von Forschern drin. Was heißt das denn für unser Handeln? Er nennt das hier den ethisch-praktischen Aspekt. Ja, genau. Also die Frucht der Potenzia, die wir jetzt ernten, naja, wir erkennen was im Kosmos und in der Natur das höchste Gut und das äußerste Übel ist. Wir erkennen die Tugendhaftigkeit sozusagen. Je mehr wir das tun, desto mehr rücken wir uns in die Nähe dieses göttlichen Willens, nennen wir es maßen, des simulatorischen Willens. Wir erkennen das Gute und wir erkennen das Schlechte und wir erkennen am Ende, Zitat Forschender, worauf letztlich alle Offizia des täglichen Lebens zu beziehen sind. Quo referenda sunt omnia, also worauf alles, was wir tun, damit beenden wir dieses Zitat, das hoffentlich Forschender nicht Unrecht tut und euch abschreckt, weil es so kompliziert ist. Er ist ein anspruchsvoller Denker, das ist in Ordnung, er darf kompliziert sein, aber mein Job ist es, das aufzudrösen, sodass wir es auch verstehen können, schnell verstehen können und die Essenz daraus zu suchen. Forschender sagt ja nichts anderes als das, was ich, glaube ich, gesagt habe. Fazit dieses Podcasts, hoffe ich. Dieses, jetzt bilde ich mir einen doch gar nicht so wirren Podcasts, im Nachhinein, oder? Es gibt eine Ordnung der Dinge. Ich habe ja über die neue, für mich, überhaupt nicht neue, Quantenmechanik kennt ihr, 100 Jahre alte Idee, locker, die beste wissenschaftliche Theorie, die wir je hatten, aber ist es die Wahrheit? Also, ist Quantenphysik ein Blick auf die Wahrheit? Oder können wir davon ausgehen, das wäre meine Position, dass wir irgendwann in den nächsten x Jahren, das können zwei Jahre sein oder zwei Millionen Jahre, eine, in Anführungszeichen, bessere Theorie entwickeln werden, die uns noch mehr über die Phänomene der Realität, so wie sie da draußen im Kosmos ist, erklärt. Davon gehe ich aus. Davon gehe ich aus. Wir haben, die klassische newtonsche Physik sozusagen, leistet uns ja auch immer noch wertvolle Dienste, aber sie ist natürlich widerlegt. Und wir haben die Entwicklung von Newton über Einstein hin zur Quantenphysik sozusagen immer Revolution, wenn man so will. Und wir haben, das ist Wissenschaft. Also wir schreiten in unserem Wissen fort. Ich glaube, an der Stelle wichtig zu erkennen, wir wissen aber noch verdammt wenig und die Frage ist, ob wir überhaupt was über die Realität, über das Funktionieren des Universums wissen oder ob wir uns nur mit Erscheinungen beschäftigen und so weiter und so fort. Das sollen Leute wie Sabine Ossenfelder, die ihr gerne googeln dürft, die ich sehr schätze. Die sollen das erklären, die können das viel besser als ich. Wenn wir davon ausgehen, antikstuisch sozusagen, davon ausgehen, dass wir durchaus eben dank unserer Ratio, dank unserem Logos in der Lage sind, vielleicht nicht die Wahrheit zu erkennen, aber doch die Gesetze zu erkennen, nachdem diese Welt zu funktionieren scheint, dann haben wir hier die Chance, uns über die Kleinigkeiten des menschlichen Lebens zu erheben, gelassener zu werden, weil wir jetzt das größere Bild zumindest, nicht das große Ganze sehen, aber ein größeres Bild sehen als das, was wir vielleicht bisher gesehen haben. Wir können glücklicher werden, wir können mehr Seelenfrieden finden und wir können natürlich am Ende, das ist das, was ich sage, was ja einer der Hauptnutzen von stoichem Denken überhaupt ist, ist ja sinnvollere Entscheidungen treffen, sinnvollere Entscheidungen führen immer zu einem glücklicheren Leben am Ende, da kommt der Eigennuss wieder rein, ein glücklicheres Leben ist ein zu bevorzugendes Indifferent, wenn man so will. Wir haben das Recht, gesund und glücklich zu sein im Stolzismus, das ist die gute Nachricht, wir müssen nicht, wie Epikur, nur der Erfüllung der Lust hinterher rennen, sondern wir werden zu Glück gelangen, indem je mehr wir uns diesem, das, was die allen Stolker vielleicht die Wahrheit genannt haben, dem Willen der Natur, der Götter, dem Willen Zeus, Zeus ist, Je mehr wir dem entsprechen, je mehr wir das Hühnchen sind, was freiwillig mitrennt, mit dem Wagen, sich nicht mitschleifen lässt, logischerweise leidet das mitgeschliffene Hühnchen deutlich mehr, als das, was mitrennt, und sich seine Kräfte vernünftig einteilt und freiwillig dann ruht und schläft, wenn der Ochse auch ruht und schläft und wenn der Fahrer in der Herberge ist oder wie auch immer. der also das, was ihm da vor die Füße geworfen wird, als das erkennt, was in einem deterministischen Universum von den Göttern gewollt ist, in einer Simulation sozusagen die Regeln der jeweiligen Spielsituationen sind, den unterwirft er sich, er spielt das Spiel freiwillig, spart so Energie, verliert schlechte Laune, gewinnt Optimismus und handelt in diesem kleinen Bereich, wo er handeln kann, weitestgehend rational. Nichts anderes sagen ja die alten Stoiker. Oder? Haben wir einen Kreis hingekriegt? Haben wir irgendwie so einen Abschluss? Oh Mann, haben wir da irgendwas hinbekommen, was irgendwie nicht allzuwirr war? Also es war so der erste Ausflug in, in, ja, den Versuch stoiches Denken mit modernen Schlagworten wie Simulationen und so weiter zu verbinden und euch zu zeigen, das in meinen Augen, auch wenn ich es noch nicht durchdrungen habe und so ein bisschen darauf hoffe, dass das ein klügere Geist als ich für mich erledigen, diesen Job und ich mir das dann nur vorgekaut sozusagen reinziehen muss, ein ekliges Bild übrigens, wenn man noch nicht gefürchtet hat, aber daher kommt das Bild wahrscheinlich, weil mein Magen etwas knurrt, dann bietet uns Stolzismus, glaube ich, echt eine moderne Form, oder? Um sich mit den Dingen zu beschäftigen. Also ich finde den absolut kompatibel, aber ich bin auch parteiisch, vielleicht seid ihr es nicht, dann warte ich auf euer Feedback und ich möchte mich nochmal ausführlich bedanken für euren Support und eure Geduld, habe ich mir letztes Mal schon gesagt, wir haben einiges verloren an Support auf Patreon, also es wird immer weniger Knete statt mehr, leider, aber ist so, kann ich nicht ändern, ist der Lauf der Dinge, den ich nicht ändern kann und auch nicht ändern will oder ich könnte ihn wahrscheinlich begrenzt ändern, nämlich wahnsinnig, man nehmen jetzt nur noch da Nachrichten für meine Patrone, meine Patrone täglich glücklich zu machen und dann würde ich 20 Dollar mehr verdienen im Monat und würde ganz viel Geld und Zeit und Liebe und so weiter verlieren in meinem Leben. Das ist ein Deal, der nicht besonders gut klingt, oder? Den Deal wollen wir nicht eingehen. Ich bedanke mich aber für die treuen Menschen, die dabei geblieben sind und freue mich auf nächste Woche. Bis denn dann, Tschüss! Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017